Wie ein paar von euch vielleicht schon mitbekommen haben, sind meine Stein-der-Weisen-Lesungen auf YouTube verschwunden. Wie das passiert ist, werde ich euch in diesem Video erklären. Ich weiß, dass es für ein paar von euch traurig sein wird, weil ich bekomme immer wieder Nachrichten, wo mir Leute schreiben, sie hören das zum Einschlafen und es ist so eine kleine Routine geworden. Das ist jetzt leider so, ich konnte nichts daran ändern. Es ist natürlich auch ein Schlag für diesen YouTube-Kanal. Aber bei all dem ist es trotzdem auch für mich ein kleiner Tritt in eine neue, vielleicht aufregendere Richtung. Und warum das Ganze so ist und meine Gedanken dazu, erzähle ich euch jetzt. Viel Spaß! Ich würde gerne jetzt hier mit euch sitzen, mit einer Konfetti-Kanone in der Hand, die loszünden und 50.000 Abonnenten feiern. Während ich dieses Video hier aufnehme, sind wir ganz kurz davor, genau 9 Abonnenten, bis die 50.000 Marke erreicht ist. In einem normalen YouTube-Tag sollten wir das eigentlich auch schaffen. Aber es ist was dazwischen gekommen. Wie ich eben schon erwähnt habe, wurde ich aufgefordert, die Stein-der-Weisen-Lesungen zu löschen. Und es kann natürlich sein, dass einige von euch, die die regelmäßig hören, jetzt sauer sind. Ich wollte euch in diesem Video auch mal mitnehmen, ein wenig die Geschichte zu erzählen, wie es überhaupt zu diesen Videos kam und zu was mich euer Feedback vor allem auch zu diesen Videos inspiriert hat. Und dass Mo Entertainment auch das ist, was es heute ist und zu was es noch werden kann. Und was für Geschichten vielleicht auf diesem Kanal noch auf euch warten. Also, stellt euch vor, es ist 2015. Der Mo, das bin ich, Leon, hat gerade sein Schauspielstudium beendet an der Universität der Künste in Berlin. Und in voller Tatendrang stürmt er aus dieser Universität und hat Lust, Projekte zu machen. Die habe ich auch gemacht. Ich habe Theater gespielt an verschiedenen Orten. War in Heidelberg, habe was in Frankfurt gemacht, auch in Berlin. Habe auch in Bonn mal was gespielt und war Theaterschauspieler. Und während dieser Zeit habe ich aber schon ein wenig rumexperimentiert mit Videos und Tonaufnahmen. Und habe gedacht, mir macht Sprechen einfach eine Menge Spaß. Ich hatte als ganz großes Vorbild beim Sprechen Rufus Beck, den bestimmt auch die einen oder anderen von euch kennen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe Lust, auch eigene Sachen zu machen. Ich möchte nicht nur immer, ja, Theater spielen, wo meistens den Schauspielern gesagt wird, was sie zu tun haben. Und der eigene Effort, was war da der Krankenwagen? Die Eigeninitiative im Theater ist als Schauspieler dann doch oft sehr begrenzt. Sondern man muss Sachen ausführen, die einem vorgegeben werden. Und da habe ich mir gedacht, ich will auch was Eigenes. Ich lese einfach mal was ein, um ein bisschen meine Hörbuchvorleseskills zu trainieren. Ich weiß, oder bei mir ist es so, wenn ich etwas jemandem zeigen muss am Ende des Tages, mache ich das mit viel mehr Elan, als wenn ich es nur für mich mache. Und da habe ich gedacht, okay, ich lese einfach mal Harry Potter ein. Ich liebe Harry Potter. Es gibt da jemanden, den ich sehr vergötter, Rufus Beck via Harry Potter einliest. Und das will ich auch mal probieren. Einfach, um es zu trainieren. Und habe mir gedacht, ich mache mir dafür einen YouTube-Kanal und lade das da hoch. Vielleicht gibt es ein, zwei Leute, die das spannend finden und geben mir Feedback dazu. Und das habe ich dann gemacht. Habe angefangen, Stein der Weisen einzulesen. Und habe das als, ja, so eine Art Leseprobe hochgeladen. Und habe gedacht, ey, auf der einen Seite kann ich dadurch ein bisschen meine Lese-Skills trainieren. Und auf der anderen Seite kann ich mit so einer Leseprobe Leute auch näher an Harry Potter ranführen. Dass sie Lust haben, vielleicht auch mal das Original-Hörbuch zu hören und so weiter. Es kamen die ersten Kommentare und das erste Feedback. Jetzt eingeschoben ist das auch eine Sache, die ich gleich mit euch gemeinsam noch machen möchte. Denn die Löschung, die ich jetzt vollführen musste, bedeutet, dass die Videos komplett weg sind. Vielleicht gibt es ein paar von euch, die sich mit YouTube auskennen. Man kann Videos auch auf Privat stellen, dass sie keiner mehr sieht. Man kann sie als nicht gelistet einstellen. Aber ich habe nur die Option, diese Videos komplett zu löschen. Anderenfalls bekommt mein YouTube-Kanal Probleme. Und das bedeutet aber auch für diesen Kanal, die ganzen Kommentare sind weg. Und auch die ganzen Views sind weg. Diese, ja, Lesungen haben insgesamt inzwischen, müssten das um die 8 Millionen Aufrufe gewesen sein, die das erzielt hat und tausende von Kommentaren. Und ich möchte mit euch gemeinsam gleich auch nochmal diese Kommentare angucken. Denn dieses Video soll auch so ein bisschen eine Erinnerung an das Ganze sein. Dass man irgendwie sich auch dem Anfang von Moe Entertainment erinnern kann. Vorher möchte ich nochmal da ansetzen, wo ich gerade aufgehört habe. Ich habe dann angefangen, diese Hörbücher einzulesen. Und es war nie meine Absicht, dass da viele Teile draus werden. Und ich habe ja auch in den Videos selber gesagt, ey Leute, das ist hier eine Leseprobe. Ich stelle euch das ein bisschen vor. Trainiere dadurch meine Hörbuch-Skills. Aber ich hatte nie den Anreiz, jetzt alle Teile, also alle Kapitel vorzulesen. Natürlich habe ich Riesenlust, auch mal die ganzen Bücher einzulesen. Allerdings müsste dafür ein Verlag oder so auf mich zukommen und mich beauftragen. Denn, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, dass ich diese Videos rausnehmen musste, weil ich sie nicht geschrieben habe. Es ist halt so. Ich würde euch auch bitten, in den Kommentaren nicht so viel in diese Richtung zu fragen. Oder, dass wir das nicht tot diskutieren. Aber, inzwischen ist auf diesem Kanal ja schon sehr viel mehr passiert. Und ich möchte die von euch, die, ja, vielleicht diese Videos als ihre Abendroutine hatten, dazu motivieren, vielleicht auch mal bei den anderen Sachen vorbeizugucken. Und wenn es von euch hart eingesottene Harry-Potter-Fans gibt, kann ich euch empfehlen, schaut vielleicht mal hier, ich blende euch das ein, mal bei Harry Potter und der Schatten der Horcruxe vorbei. Das ist nämlich eine Geschichte, die ich auch vorlese, die ein Jahr nach der Schlacht um Hogwarts beginnt. Also, es ist eine Fanfiction, die ich gemeinsam mit Lena schreibe. Und es gibt noch Geschichten aus dem Eberkopf. Geschichten aus dem Eberkopf. Da gehe ich in Hogsmeade, in die Bar, in den Eberkopf, also die Bar von Aberforth und interviewe da Menschen aus der magischen Welt. Also, da kommt Hagrid vorbei, da kommt Charlie vorbei, da gibt es einen magischen Rundfunk. Und diese Projekte aus dem Harry-Potter-Universum, die könnt ihr euch anhören und die wird es auch hier auf dem Kanal weitergeben. Denn die Autorin von Harry Potter hat ganz deutlich gesagt, dass sie Fanfiction duldet und akzeptiert. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die verschwinden. Auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn ihr es scheiße findet oder traurig seid, aber auf der anderen Seite blicke ich da eher nach vorne. Denn es gibt diese zwei großen Harry-Potter-Projekte, die weiter auf diesem Kanal stattfinden und die beide auch auf Spotify zu finden sind. Eberkopf ist schon auf Spotify und Schatten der Horcruxe sollte, ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt, aber auch im März 2024 auf Spotify kommen, wenn alles gut geht. Ich mache hier keine Versprechungen, aber das ist der Plan. Ansonsten ist Moe Entertainment natürlich auch noch viel mehr als Harry-Potter-Fanfiction. Mein Plan ist es, mit diesem Kanal hier weitere, ich nenne es immer, Hörerlebnisse zu schaffen, mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, selber Geschichten einzusprechen. Und das Ganze hat angefangen mit Stein der Weisen. Da gab es die Idee, Hörbücher einzusprechen und inzwischen ist da viel mehr draus geworden. Wir werden uns jetzt mal die Videos ein letztes Mal, ja, also die Kommentarspalten ein letztes Mal angucken und ich werde noch ein paar Gedanken dazu äußern oder, ja, vielleicht ein paar Details zur Produktion und wie das entstanden ist, weil da werde ich auch ein bisschen rührselig, weil auch daraus zum Beispiel Schatten der Horcruxe entstanden ist. Und Schatten der Horcruxe, allein das erste Kapitel, hat ja inzwischen über 700.000 Aufrufe. Das ist wirklich viel. Also Leute, schauen wir uns mal an, was das allererste Kommentar auf diesem YouTube-Kanal war. Los geht's! So, da sind wir. Hier seht ihr die Videos nochmal aufgelistet und, ja, ich würde gerne mit euch zusammen da jetzt mal reinspringen und gucken, was es so für Kommentare gab, das einfach mit euch noch so ein bisschen zelebrieren, dass ich diese Videos gleich im Anschluss löschen muss. Das wird mir sehr schwer fallen, weil das für mich schon so eine Art Selbstverletzung nahe kommt. Hier seht ihr sie nochmal, die acht guten Stücke aufgelistet mit 2,2 Millionen. Der erste Teil und die anderen haben auch eine Million. Ja, und also alle haben über 700.000 Aufrufe. Das ist der erste Teil. Ihr seht's hier im Hintergrund. Und der erste Teil, ja, hier steht sechs Jahre, der ist allerdings am 4.3.2017 entstanden. Also ist bald schon sieben Jahre her. Ist eigentlich daraus entstanden, dass ich damals, das ist vielleicht noch ein kleiner Insider, man sieht's hier im Hintergrund, das werden aber die wenigsten von euch wissen. Zwar habe ich damals auf Twitch schon gestreamt, aber etwas ganz anderes, eher so im Gaming-Bereich. Das war auch eher so ein Hobby-Projekt. Und da gab es Leute, die meinten, lies doch mal was vor. Und da kam die Idee, eben das dann auch mal auf YouTube hochzuladen. Deswegen stehen hier unten noch die, ja, Twitch und Facebook und so weiter. Das gibt's aber alles längst gar nicht mehr. Da hieß ich noch Masi Moe auf Twitch. Und aus Masi Moe ist Moe Entertainment entstanden. Also das noch vielleicht als kleiner Hintergrund. Das erste ist hier, wir haben fast 15.000 Likes geschafft auf das Video, was krass ist, ey. Vielen Dank dafür. Und was natürlich ich wahrscheinlich jetzt mit schwerem Herzen sehen werde, sind die Kommentare, weil das wirklich für mich das Schwierigste sein wird, die zu löschen. Oder die werden ja dann automatisch gelöscht, weil da so viel Liebe drin war. Also wir werden jetzt einige dieser Kommentare durchgehen. Und ihr werdet auch selbst sehen, wie wenige, wie wenig Leute von euch einfach da auch toxisch unterwegs waren, sondern echt viel Props für das Ganze gab oder viel Liebe und so. Was mich aber als erstes interessiert ist, was war das allererste Kommentar? Das weiß ich selber nicht. Also ich gucke mir das hier auch seit langem zum ersten Mal wieder an. Also auf diesem Video, ich kann jetzt, ah, erst, Neueste zuerst kann ich nur machen. Aber Älteste, okay, passt auf, wir scrollen. Ich scroll mal gerade ganz weit runter. Warte, ich spule das mal für euch vor. Okay, wir sind jetzt gerade mal bei vierten Jahr. Vor vier Jahren. So, die ersten Kommentare sind von Stilmedia. Das ist sehr lustig, weil Stilmedia ein Projekt von meinem großen Bruder war. Das heißt, das allererste Kommentar hier ist sogar noch von meinem großen Bruder. Sehr schön gelesen. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Nächster Kommentar von Lea Waldsee. Ihr werdet sie kennen. Wunderbar erzählt, Leon. Du machst Harry Potter alle Ehre. Vielen, vielen Dank. Ja, also das war auf jeden Fall das allererste Kommentar hier auf diesem Kanal. So, und jetzt würde ich gerne einfach mal so durchblättern, was wir hier alles so zu lesen bekommen. So, ich sortiere die Kommentare jetzt mal nach Top-Kommentaren. Ich liebe es, dass man das Umblättern hört. Das ist erstmal eine Kleinigkeit, aber für den Charme macht das so viel. Das habe ich ganz vergessen. Stimmt, weil ich habe tatsächlich die ersten Teile oder das Kapitel noch mit einem Buch vorgelesen und habe einfach das Blättern nicht rausgeschnitten, damit sich das wie so eine Live-Lesung anhört. Als würde ich euch das gerade vorlesen, so direkt. Und, äh, ja. Ich höre es immer noch und liebe es immer noch. Ohne deine Stimme schlafe ich schon gar nicht mehr ein. Ach, das ist aber sweet. Vor drei Wochen ist das Kommentar erst entstanden. Ja, ey, zum Glück gibt es noch andere Hörbücher. Aber sowas zu lesen, äh, fällt mir nicht so leicht. Unglaublich gut nachgesprochen. All dieser Charaktere. Wow, es macht sehr viel Spaß zu hören. Ja, Lara schreibt das hier. Danke dafür. Es ist natürlich so, und das werden wahrscheinlich auch viele von euch ahnen, ich spreche das Ganze hier auch im Stil von Rufus Beck. Also, das habe ich ja eben auch schon erwähnt, dass Rufus Beck für mich da die größte Inspiration war und ich viel Zeit damit verbracht habe, das so hinzubekommen, weil das für mich ein Training war. Also, in meiner Schauspielschule hieß es auch immer, lerne von den Besten und Rufus Beck ist wohl mit einer der Besten. Gibt auch Leute, die immer sagen, ja, man soll nichts abgucken. Egal, wie sehr ich jetzt jemandem nachmache, es ist ja trotzdem am Ende immer noch ich. Und meine Intention ist ja nicht, jemandem eins zu eins nachzumachen, sondern mich davon inspirieren zu lassen. Und jeder Fußballspieler, jeder Künstler in irgendeiner Form wird sich von Leuten inspirieren lassen und in dem Fall hier war das auf jeden Fall Rufus Beck. Und klar, manche Sachen klingen auch sehr ähnlich, weil ich einfach ausprobiert habe, ob ich das auch hinbekomme. Aber ich glaube oder ich hoffe, meine Intention war trotzdem, den eigenen Charme da reinzubringen. I'm listening to this in my vacation to learn better German in my free time. Auch eine Möglichkeit. Vor zwei Jahren entdeckt und bisher bestimmt 70 Mal gehört. Ey, ihr merkt schon, ey, das ist so viel positiv. Vor fünf Jahren gestartet, nun fast zwei Millionen Aufrufe. Danke. Danke. Gerne. Höre gerade Harry Potter und der Stein der Weisen Part 1. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass jemals jemand mit Rufus Beck mithalten kann, aber du machst das großartig. Bitte, bitte sprech die anderen Hörbücher von Harry Potter noch ein. Bitte, du würdest uns Potterheads eine Riesenfreude machen. Ja, das liegt leider nicht in meiner Hand. Ey, erstmal vielen, vielen Dank, wenn ich das lese. Das ist halt krass. Ja, das... Ey, Leute, ich sage euch, diese Kommentare, also es gibt viele Kommentare in dieser Art, die haben mich halt wirklich inspiriert oder auch mutgegeben weiterzumachen. Und ich muss das gleich alles löschen. Oh, Mann. Aber danke dir. Ja, Rufus Beck ist für mich nach wie vor der König von Harry Potter einlesen. Und ich freue mich echt mega, wenn ich aber trotzdem es geschafft habe, so auch da eine Version zu machen, die Leute Freude bereitet. Nach allem hochgeladenen Potter-Büchern von YouTube gelöscht worden, ist dies eine tolle Alternative, die Rufus Beck tatsächlich Konkurrenz macht. Ja, ein wahres Hörvergnügen. Danke. Naja, das Video gehört jetzt auch zu denen dazu, die gelöscht wurden. Ich liebe ja Rufus Becks Stimme, aber du machst ihm wirklich Konkurrenz. Also so viele Rufus Beck-Vergleiche hier, das war überhaupt nicht beabsichtigt, dass jetzt hier so viel davon kommt, weil das ist mir tatsächlich eher unangenehm. An manchen Stellen zum Beispiel, als der Onkel sagt, ich bin dumm, betont meine Tochter ist genauso wie du, weil wir es jeden Abend anhören. Ja, Leute, es tut mir wirklich leid. Aber ich hoffe, dass ihr mit meinen anderen Hörbüchern auch Freude finden könnt. Aber ich weiß halt, dass es für viele so eine Routine war. Und ihr müsst halt auch noch wissen, als ich diese Hörbücher aufgenommen habe, das habe ich, glaube ich, auch damals noch unter meinem Hochbett aufgenommen. Also ich hatte da noch kein Studio oder so, sondern das ist alles recht improvisiert gewesen. Und da ging es los. Absolut Hammer, sehr professionell gesprochen. Danke. Ja, und so, wie ihr seht, so viel Liebe wurde hier verteilt. Ey, das sind wirklich tausende Kommentare. Mir ist einfach wichtig, ja, in diesem Video auch euch einfach nochmal zu zeigen, was für eine coole Community am Start ist. So, weil ich kenne diese Kommentare und ich gucke mir die auch nicht oft an, aber wenn ich wie jetzt mir das angucke, denke ich so, krass. Echt sehr angenehme Stimme. Hätte nicht gedacht, dass jemand Rufus Beck Konkurrenz machen könnte. Das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, dass so viele Leute das auch vergleichen. Krass, ja. Ja. Und hier ist auch sehr gut. My German teacher sent me here and I wish I had a clue what he was saying. Stimmt, das hat mir auch mal jemand gesagt, dass er seine Schüler und Schülerinnen hier hinschickt, um sich die Sachen anzuhören. Ich höre es schon zum fünften oder sechsten Mal und ich liebe es, wie du liest ganz großes Lob an dich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Leute sich dieses Video hier ganz geben, aber schreibt doch mal gerne rein oder was mich mal auf jeden Fall interessieren würde, ist, wie ihr das erlebt habt. Habt ihr auch, seid ihr, die das jetzt hier gerade gucken, auch Leute, die die Lesungen gehört haben, vielleicht auch öfter gehört haben? Schreibt gerne mal eure Erfahrungen dazu, weil vielleicht können wir dieses Video hier ja auch so ein bisschen dafür nutzen, dass wir hier die Stimmen dafür sammeln. Mir ist es irgendwie wichtig, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Also es klingt komisch und es soll auf gar keinen Fall so selbstbeweihräuchernd klingen, wenn ich jetzt diese Kommentare vorlese, aber für mich ist das ein Stück Geschichte dieses Projekts von More Entertainment und es wäre so schade, wenn das verloren geht und deswegen will ich einfach, auch wenn es so ein vielleicht ein bisschen weirdes Video ist, will ich trotzdem, dass wir das hier so ein bisschen zelebrieren oder ich möchte es gerne so ein bisschen zelebrieren hiermit und ihr seid herzlich eingeladen. Lasst mir gerne in den Kommentaren eure Gedanken dabei, weil ich lese alle Kommentare, die geschrieben werden. Ich versuche auch immer zu antworten, wenn es geht, also wenn konkrete Fragen da drin sind. Ich wollte ursprünglich um 2.30 Uhr morgens etwas zum Einschlafen hören, aber du hast es wirklich echt gut gelesen, sodass ich jetzt gar nicht einschlafen möchte, sondern einfach nur weiter zuhören möchte, obwohl ich die Bücher in- und auswendig kenne. Ey, das ist aber schön zu lesen, dass ich sozusagen dem nochmal einen Touch geben könnte, dass man halt auch Spaß hat, es nochmal zu hören. Das war das erste Video von Stein der Weisen. Ich wollte auch nochmal, ich wollte einmal kurz in alle Videos reingucken. Part 2 hat sehr wenig Kommentare, also im Verhältnis zu den anderen Videos. Da kann man gar nicht so viel drüber sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl so, weiß ich nicht, wenn ich in 5 Jahren mir das Video nochmal angucke und so denke, ach guck mal, was die da alles geschrieben haben. Ist doch bestimmt schön so. Oder vielleicht auch für euch, die das gehört haben, dass man nochmal so eine Erinnerung hat. Also ich finde deine Stimme ebenfalls die meiste Zeit auch angenehm im Vergleich zum Rufus Beck. Aber zum Beispiel für Vernon hättest du eh gerne ebenfalls eine eigene Stimme überlegen können. Ey, da hat Paperfox recht. Was ich persönlich aber furchtbar finde, mir ist jetzt schon mehrmals aufgefallen, dass du ganze Sätze weglässt oder Worte verdrehst. Zum Beispiel als Petunia Harry die Haare abschnipselt, steht eigentlich noch dabei, dass sie über der Stirn was übrig lässt, damit man die Narbe nicht sieht. Und die Schlange schlänzt. Auch nicht gegen irgendwelche Fenster, sondern gegen die Fersen von Dudley und Percy. Das reißt einen jedes Mal raus, wenn man das Buch im Kopf hat. Ach, erstmal ist krass, dass Leute wirklich das Buch so genau im Kopf haben, dass denen solche Sachen auffällt. Aber zu dem Kommentar kann ich sagen, ja, da hast du vollkommen recht. Also erstmal, dass ich mir zu Onkel Vernon eine eigene Stimme überlegen könnte. Klar, das habe ich ja eben auch schon angesprochen, dass ich einfach auch damit trainieren wollte. Kann ich, also wie macht Rufus Beck das? Wie macht Rufus Beck ein Onkel Vernon? Oh, Harry, mein Lieber. So, also kriege ich das hin und dann ist das ja ein Training einfach, sich ein Skill anzueignen. Und ich habe das dann übernommen. Ich sage mal, heutzutage, wenn ich Figuren mache für andere Hörbücher und so, ist ja klar, dass ich immer gucke, dass ich was Eigenes mache oder dass eine Variante da ist. Dann zu dem, was da steht, ist hier auf jeden Fall mal ein interessantes Kommentar, weil natürlich auch ein bisschen Kritik drin ist. Was die Person hier furchtbar findet, ist, dass ich manche Sachen weglasse oder, ja, oder verdrehe. Klar, das ist dann furchtbar, wenn man das ganze Buch im Kopf hat, das kann ich schon irgendwie verstehen. Aber es ist tatsächlich bis heute eine Eigenschaft von mir, dass ich, wenn ich lese, passiert das ganz oft, dass ich in so eine eigene Welt abdrifte und mir Sachen einfach anders denke und manchmal gar nicht mehr lese, was da steht. Das ist selbst für mich auch manchmal schwierig, also ich habe das, ich bin, ich mache ja auch Synchronsprechen und da habe ich das zum Beispiel auch dann öfter, dass ich Sachen lese, die gar nicht dastehen und dann muss der Regisseur immer sagen, Leon, da steht aber was anderes. Und deswegen, ja, wenn dich das nervt, tut es mir leid, aber wenn du meine Sachen hörst, werden dir öfter Sachen auffallen, die vielleicht ein bisschen anders gesprochen sind als normal, aber da, ja, das gehört halt dazu. Also das ist vielleicht auch noch ein Side-Fact, der vielleicht interessant ist für Leute unter euch, die vielleicht auch mal was im Bereich Sprechen machen wollen. Ich war ganz lange Zeit der schlechteste Vorleser der Welt, weil ich nicht lesen konnte oder nur ganz schlecht lesen, also nicht, also ich konnte schon lesen, aber schlecht vorlesen und musste viel trainieren. Das heißt, diese Sachen, was die Person hier auch beschreibt, kommt halt daher, dass ich, ja, einfach nicht so der beste Vorleser war. Und das ist bis heute so. Also wenn du mir heute einen Text gibst und ich soll den direkt vorlesen, werde ich auf jeden Fall auch immer wieder Fehler machen. Sehr angenehme Stimme. Mrs. Fick hat sich ein Bein gebrochen. Ich kann nicht mehr vorlachen. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Sie heißt Mrs. Fick und ich habe Mrs. Fick gesagt, glaube ich. Aber auf jeden Fall jetzt mal ein Shoutout an Ines, weil Ines scheinbar wirklich ganz oft schreibt, wann sie dieses Hörbuch hier hört. Ganz treue, treue Hörerin. Tolles Hörbuch, ich liebe Harry Potter und das Hörbuch ist toll. Vielen, vielen Dank. So, gehen wir mal zum dritten Teil. Ich habe Harry Potter in drei Sprachen gelesen und die Filme mehrmals geschaut, als ich mich erinnern kann. Aber trotzdem habe ich fast geweint mit deinem Ausdruck und Hagrid und die Geschichte von Lily und James. Sowas ist natürlich auch voll schön, irgendwie Leute, die so ein bisschen ihre Geschichte auch erzählen, wie sie das Hörbuch hören. Also, ich kann mir vorstellen, viele hören das zum Einschlafen oder nebenbei oder so, was ja auch voll okay ist. Aber Leute, die dann so sich wirklich darauf einlassen. Bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich die erste Mal Harry Potter Rufus Beck Lesungen gehört habe, da habe ich noch in meinem Kinderzimmer gelebt, der kleine zwölfjährige Leon oder so. Da hatte ich einen Kassettenrekorder und dann hatte ich einen Sessel und daneben war ein Schrank mit einem Kassettenrekorder drauf und dann habe ich im Kassettenrekorder die Kassette angemacht und mich auf den Sessel gesetzt und das nur gehört. Und da gab es keine Handys, da hatte ich noch kein Handy. Da wurde nicht nebenbei irgendwas gezockt oder so. Vielleicht habe ich irgendwas gebastelt oder gemacht, aber ich war da so in der Welt versungen. Ein großes Kompliment an dich. Es ist einfach unglaublich, wie du deine Stimme verändern kannst. Großes Lob meiner Seite. Deine Stimme ist echt mega angenehm und habe mich immer gefreut, das Hörbuch zu hören. Danke vielmals, als dass du dir die Mühe gegeben hast. Ja, danke. Also zu Stimmen verstellen ist es natürlich auch so, dass ich das, ja, abgesehen davon, dass ich mich von Rufus Beck inspirieren lassen habe, wenn ihr euch Sachen anhört, wie Schatten der Horkruxe oder Geschichten aus dem Eberkopf, da mache ich natürlich auch eigene Figuren, eigene Stimmen. Und das liegt natürlich am Schauspielstudium, das ich gemacht habe, weil da ist auch eine Sprechausbildung dabei, die jetzt nicht unbedingt heißt, dass man da viel die Stimme verstellt. Das ist oft eher weniger gern gesehen. Aber ich mag das und ich habe da viel rumprobiert. Also viele klassische Hörbuchproduktionsfirmen mögen das zum Beispiel gar nicht, wenn man die Stimme so krass verstellt. Aber ich mag das. Auch wenn es manchmal ein bisschen albern klingt oder so. Wahnsinn, jede Stimme sitzt, besonders die von Hagrid, kommt der Stimme aus den Filmen sehr nah. Aber am besten ist die Erzählerstimme sehr unterhaltsam. Man schließt die Augen und die Bilder schießen einem direkt durch den Kopf. Meisterleistung. Oh Gott, da kann man sich echt verlieren in den Kommentaren. Ich weiß auch gar nicht, ob das für euch spannend ist, das hier mitzuerleben. Aber ja, ich will jedem Kapitel einmal kurz eine Aufmerksamkeit schenken. Das hat auch sehr viele Likes, ey. Und 1,3 Millionen Aufrufe. Das ist wirklich viel. Ich habe erst die Nacht zufällig dieses Hörbuch entdeckt und anstatt zu Hause zu arbeiten, liege ich wie als Kind mit einem heißen Kakao seit Stunden auf dem Sofa und versinke dank der herausragenden Lesung und der tollen Gestaltung der Charaktere in inneren Bilderwelten der Geschichte grandios gemacht. Ey, aber Leute, ich sag's euch und das habe ich wahrscheinlich eben auch schon mal gesagt oder ähnlich gesagt. Das ist, warum ich das mache. Es ist natürlich gar keine Frage so, wenn ihr das jetzt hört, gibt es bestimmt auch genug Leute, die das nicht mögen. Ist keine Frage. Weil Hörbücher am Ende des Tages oder Stimmen am Ende des Tages auch immer Geschmackssache ist. Natürlich hat es auch was mit Technik zu tun, aber selbst die beste Technik bringt nichts, wenn man die Person nicht leiden kann. Deswegen, ich habe auch schon Kommentare gelesen von Leuten, die dann sagen, mag ich gar nicht dies oder jenes. Das ist das eine und das andere ist eine Technik, aber ich zum Beispiel mag auch Lesungen gar nicht, wenn Leute so übertriebene Technik haben. Es gibt manchmal so Videos, die werden mir auf Instagram angeboten, wo dann so übertrieben, jetzt kannst du bei uns eine Sprechausbildung machen, komm, komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Ich übertreibe jetzt, aber so Leute, die dann so übertrieben sprechen und das mag ich zum Beispiel auch nicht. Da ist zwar vielleicht die Technik gut, aber es vibet nicht und mein Anliegen oder was ich auch über diese Kommentare oder über diese Sache immer wieder mich auch inspiriert hat oder gepusht hat, ist eben meinen Style auch zu finden und eben dieses, sagen wir mal, etwas unkonventionelle Lesen weiter zu verfolgen. Also das heißt, verschiedene Figuren zu entwickeln, mit Figuren in die Extreme gehen. Also wenn ihr Schatten der Horkruxe hört, das Hörbuch gibt es hier auch auf YouTube, da mache ich manche Figuren wirklich sehr extrem. Wirklich sehr, sehr extrem und das ist wirklich grenzwertig. Also wo ich heute auch denke, boah, aber ich glaube, wenn man es schafft, die Zuhörer, Zuhörerinnen in ein, in ein, ja, in eine Welt zu entführen, dann nimmt man diese Figuren für voll. Also dann nimmt man die, ja, dann, wie soll ich das sagen, also dann, dann glaubt man das. So, und auch wenn man jetzt vielleicht einen Part aus Schatten der Horkruxe nimmt und den jemandem zeigt, denkt man vielleicht, in dem man, boah, das ist ja voll übertrieben, das ist zu viel. Aber wenn man es vorher schafft, Leute in die Welt eintauchen zu lassen und dann kommt diese Figur, dann ist diese Figur vielleicht in dieser Welt plötzlich wie ein Monster und man denkt ja in dem, wenn man, wenn man, das ist wie man einen Film guckt, ja, und man in dem Film denkt, oh, die spielen jetzt aber schlecht. So, dann ist man raus. Dann hat der Film verloren. Aber mein Ziel ist es immer, Leute in Geschichten so reinzuziehen, dass sie eben währenddessen nicht so sehr daran denken, wie ist das jetzt gesprochen, spricht der das gut, spricht der das technisch und so weiter, sondern, dass man einfach wirklich sich diese Figuren vorstellt. Und das ist immer mein Ziel und das dann zu lesen, dass das funktioniert, ist einfach am Ende der Grund, warum ich weitermache. Weil würde jetzt hier überall stehen, ja, lass mal besser oder nee, dann hätte ich nicht weitergemacht. Du hast die alte Ausgabe des Buches erkennbar an den 17 Sickeln, was ja umgerechnet eine Galleone ist. In den neuen Auflagen wurde es auf 16 Sickel geändert. Was ihr alles wisst. Ja, das sind so kleine Facts. Echt wunderbar vorgelesen. Ich mag besonders, wie du Hagrid sprichst. Da ist der originale Synchron sehr nahe kommt. Und es ist auch spannend, dass hier viele von der Synchron reden. Meinen die dann die Filme oder meinen die das Hörbuch? Weil Synchron wäre ja der Film. Hagrid. Ja, wie habe ich Hagrid gesprochen? Oder wie spreche ich Hagrid? Na gut. Also, rüber da in den verbotenen Wald. Ha. Ich liebe es. Leute, gehen wir weiter. Ach, guck mal, da hätten wir die 10.000 noch knacken können. Weiter bitte. Ich kann nicht mehr warten. Du lässt das Buch wieder so frisch wirken, weil ich die Lesung von Rufsbeck schon auswendig kann. und du interpretierst das so wunderbar neu. Ja, das ist, finde ich, auch spannend, weil man natürlich sagen kann, ja, es gibt doch schon eine Harry Potter Lesung. Warum muss man das nochmal machen? Ich glaube, am Ende des Tages ist es schon so, dass, ja, dass, ich meine, guckt euch die Theaterlandschaft an, ja, wie oft wurde Romeo und Julia gespielt? Es geht ja auch darum, dass man gewisse Sachen, die man gerne mag, auch immer wieder erlebbar machen kann. Und deswegen, warum nicht? Also, wie gesagt, wenn es jemanden von einem Verlag gibt, ich lese euch gerne nochmal alle Harry Potter Bänder ein. Können wir eine Petition machen? War ein kleiner Scherz. War ein Scherz. Entspannt euch. Du wirst immer besser, hast eine angenehme Stimme, musst, musst einige Personen noch ein bisschen besser im Charakter erfassen und professionell zu sein. Zum Beispiel Harrys Stiefvater, aber, achso, ich habe komisch, wer ist Harrys Stiefvater? Onkel Vernon natürlich. Aber ich habe keine Bedenken, dass du Profi wirst und dein Weg ist, gehst wahrscheinlich. Ich danke dir dahingehend vorzulesen, da ich schwer krank bin seit Jahren und oft viele Stunden Ablenkung brauche. Zudem sind meine Augen auch nicht mehr so gut und die Bücher lesen zu können. Ey, danke für das Kommentar. Ähm, ja, Also, wenn ich mir alte Sachen von mir anhöre, äh, denke ich auch ganz oft, oh mein Gott, was ist das? Und auch heute noch. Also, ich will weiter lernen und möchte auf jeden Fall besser werden. Aber, wie gesagt, besser heißt nicht perfekter, sondern, ich finde, ein guter Sprecher oder für meinen Geschmack ein Gespräch, es muss auch immer ein Charakter drin bleiben und für mich gehört es zu einem, na, ja, eine Stimme mit Charakter auch immer etwas Unperfektes. Also, ich mag es nicht, wenn alles perfekt ist am Ende, weil dann geht der Charakter verloren. Und, es gibt so viele Synchronsprecher heute, die wirklich gut sprechen, aber wo ich dann denke, boah, das ist so glatt gebügelt. Ne, Leute, das, äh, das, das ist nichts für mich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Weiter in Part 6. Ja, hier steht auch direkt das erste Kommentar. Kannst du bitte einfach alle Potter-Bücher komplett vertonen? Ja, super. Ja, lust hätte ich. Bist echt ein sympathischer Kerl. Hoffe, du bekommst noch ganz viele Abos. Ja, das hoffe ich auch. Ey, ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht durch diese Löschung ähm, Leute deabonnieren. Aber wenn es so ist, dann ist es so, Leute. Ich sag mal so, die, die hier sind, weil sie vielleicht auch andere Sachen hören möchten, die werden auch bleiben, denke ich. So, und wer geht, der geht, dann ist das halt so. Du bist der Einzige neben dem Bekannten, von dem man sich die Hörbücher gerne anhört. Bei den anderen klingt das alles so schrecklich. Der Gesang des Hutes ist großartig gelungen, hab mich köstlich amüsiert. Ich würde mich über mehr Parts des Hörbüchs sehr freuen. Ah, okay, muss ich noch mal überlegen. Stimmt, der Hut, das Lied des Huts. Ja. Vor einem Jahr waren noch 1.000 Abos. Heute sind es schon über 21.000. Ihr habt es so verdient. Danke. Ja, das ist lustig, weil, ich weiß nicht, das müsste auch irgendwo in den Kommentaren mal gestanden haben, aber Harry Potter und der Schatten der Horkruxe war ja eigentlich auch mal ein Abo-Goal. Ich hab mal gesagt, wenn wir 1.123 Abos schaffen, gibt es ein Special und dieses Special war Schatten der Horkruxe. So ist Schatten der Horkruxe überhaupt erst entstanden. Also das war ein ungefähr 1.000 Abonnenten-Special. Gucken wir in Part 7. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt hier zuhört, ihr könnt gerne eure Gedanken auch in die Kommentare schreiben. Lieber Mo, ich bin dir so unendlich dankbar, dass du keine Werbung zwischen den Hörspielen schaltest. Mir ist bewusst, dass du dadurch kein Geld verdienst und ich finde, das sollte sich hoch angerechnet werden. Dankeschön. Bei den Parts hier ist das klar, dass das nicht kommerziell gedacht war. Inzwischen ist Mo Entertainment auch ein Beruf für mich. Das hat natürlich nichts mit diesen Videos hier zu tun, die ihr hier seht, sondern einfach mit dem, was ich sonst mache. Ich entwickle gerade neue Hörbücher, neue Hörspielerlebnisse. Wir haben ganz viel unterschiedliches Zeug gemacht. Klar, man kann die Arbeit, die wir hier machen oder die ich hier mache, unterstützen und hoffe, dass ich noch die Möglichkeit habe, lang Mo Entertainment zu machen. Aber ihr seht auch, ja, die Kommentare sind natürlich auch recht ähnlich. Aber das ist ja schön, wenn Leute einfach, also wirklich jedes Kommentar auch, wenn es schon hundertmal da steht, freut einen, weil man immer denkt, ey, da ist noch jemand gewesen, der das zu schätzen weiß. Ja, meine Freunde, kommen wir zu Part Nummer 8. Im letzten Part, wir brauchen Part 9 unbedingt. Oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid, Leute, aber wenn es ein Kommentar gibt auf diesem Kanal, was am häufigsten gibt, ist halt echt, wo bleibt Part 9? Es war früher eine Entscheidung von mir schon zu sagen, ich mache da nicht weiter, weil ich habe es nicht geschrieben. Für mich, sage ich nochmal, waren das Leseproben, die ich euch zur Verfügung stellen wollte, dass ihr vielleicht dadurch euch dann das Original-Hörbuch holt von Rufus Beck, aber das war es. Und hätte ich irgendwann mal, wenn mal irgendjemand auf mich zukommt und sagt, ey, jetzt darfst du das machen, freue ich mich sehr. Ah, guck mal, und wie könnte man das Kommentar lesen beenden, am besten mit einem der wichtigsten Mitglieder unserer Community, nämlich Toni, kannst du gleich noch Kapitel 9 und 10 hochladen. Ich liebe es dir zuzuhören. Ja, danke dir Toni. Toni ist bis heute ein wichtiger Bestandteil der Mo-Community, ist Mod im Discord-Server, also wer der Mo-Community beitreten möchte, schaut gerne mal bei Discord vorbei oder auf Instagram, da haben sich so viele Leute hingesetzt und einfach Kommentare geschrieben. Das bedeutet mir wirklich viel, weil ja, weil ohne diesen ganzen Support wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Hätte ich nicht den Mut gehabt oder die Inspiration weiterzumachen mit diesem Kanal oder mit meinen Hörbüchern. Danke an alle, die bis hierhin zugeschaut, zugehört haben und mit mir gemeinsam diese Videos verabschiedet haben. Mir war es einfach wichtig, dem Ganzen nochmal so eine Aufmerksamkeit zu geben, wie ich auch schon gesagt habe, denn in diesen Videos und vor allem in diesen Kommentaren, darum ging es mir vor allem, steckt so viel Liebe drin, das wollte ich einfach so verloren gehen lassen und jetzt haben wir es archiviert, jetzt kann es uns keiner mehr klauen. Wie ich schon erwähnt habe, es ist nicht das Ende, wir haben jetzt 50.000 Abonnenten hier erreicht und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ein paar von euch sich nicht entscheiden, ey, ich deabonniere jetzt, sondern vielleicht ein paar andere Sachen hier auf dem Kanal finden, die ihr abendlich hören könnt. Ja, mich hat es so ein bisschen in den Magen getreten, als ich das gesehen habe. Na klar, aber es hat mir auch so einen kleinen Tritt in eine Richtung gegeben, die jetzt neu ist und die mir auch sagt, so ey, komm, mach jetzt mal andere Sachen. Ich freue mich tierisch, wenn ein paar von euch Lust haben, mich auf diesem Weg zu begleiten und ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch wieder in den Kommentarspalten bei anderen Sachen oder auch natürlich in diesem Video zu lesen. Das letzte Wort dieses Videos, das habe nicht ich, sondern das haben andere, die es vor allem verdient haben und deswegen gebe ich das Wort zum Abschied jetzt nochmal ab. Danke euch aber trotzdem nochmal als Mo und macht's gut. Nun ja, was soll ich ihn jetzt hier sagen? Also, also den Mo, den kenne ich. Der ist immer mal wieder im Eberkopf unterwegs. Ja, und hab auch gehört, dass er da Sachen macht, die man hören kann. Nun ja, dann kommt doch Ulf oder Oma vorbei und hört zu. Würde mich auf jeden Fall freuen. Muggel, Muggel mag ich ganz gerne. Hab nichts gegen die. so langsam meine Kürbisbeete in Ruhe laschen. Kleiner Scherz. Nun ja, also, mehr kann ich dazu nicht sagen. In der Tat habe ich davon erfahren, dass die Geschichte von Mr. Potter in der Muggelwelt aufgeschrieben worden ist. Aber lassen Sie sich versichert sein, dass ich genug von dem Drama rund um Mr. Potter habe. Vielen Dank. Ja, wer spricht? Aus Deutschland? Ich kenne niemanden. Ich kenne keinen Harry Potter? Woher haben Sie diese Nummer? Ich verbitte mir solche Anrufe. Und bleiben Sie ja von meiner Familie fern, wenn ich herausfinde, wer... Sie glauben doch nicht im Ernst, daß ich die Fragen von jemandem beantworte, der nicht mal in der Lage ist, eine einfache Diphtar-Essenz herzustellen. Ah, ja, Geschichten. Geschichten sind etwas Wunderbares. Wissen Sie, das ein oder andere Mal, wenn ich früh morgens in meinem Gemächern auf- und abspaziere, denke ich darüber nach, wie viele wie viele Geschichten wohl da draußen schlummern und nur darauf warten, entdeckt zu werden. Ah, ja, da fällt mir ein, Professor Lupin hat mir erst vor wenigen Tagen eine äußerst interessante Geschichte erzählt. Wir saßen zusammen mit Tongs. Es handelte von einem Falken, der an einer Birne pickte, Stück für Stück und sich so sättigte, oder nein? War es doch eine Lenkpflaume? Oh, je, oder vielleicht ich muss ihn bitten, mir diese Geschichte noch einmal zu erzählen. Ah, nein, da fällt es mir ein. Es war ein. Mo Entertainment Lass uns was hören. bis heures nicht mü T haben arım Vielen Dank.